Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen auf der Pressekonferenz von Just2Jam. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und wir fangen auch gleich an. Da drüben, die nette Dame. Die erste Frage bitte. Ja, Besitzungen behaupten, Just2Jam spielt in Main. Wann und wo? Ähm, die Frage ist berechtigt. Wie die wohl nackt aussieht. Die geile Schnitte. Wir machen besser mal weiter mit dem Kollegen. Wollen Sie? Ja, könnten wir ein paar mehr Informationen bekommen über die Band. Sind Sie von der Bild-Zeitung? Ja, sicher. Raus. Äh, die geile Schnalle hier vorne, bitte. Rindfleisch-Etikettierungs-Überwachungs-Aufgaben-Übertragungs-Gesetz? Äh. Wie bitte? Ja, die nette Schabracke in Rosa drüben. Äh, wie sind Sie auf den Namen Just2Jam gekommen? Hallo? Hallo? Wann findet das Ganze jetzt statt? Du Geisterkranke! Ja, okay. Das können Sie jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt sehen. Aber hier unten am Bildrand, steht es extra eingeblendet. Und das findet natürlich statt am 7.11.2015 in Main im La Mirage, Lavarock. So, an dieser Stelle möchte ich mich auch bedanken für die nett gestellten Fragen und verabschiede mich auch mit den Worten, sitzt das aus? Darf ich noch jemand grüßen? Nein! Vielen Dank!